Oh My gosh Alter es rutscht doch Nein Okay nein 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 so haben wir nicht gewettet Ach es Weihnachtet doch schon wieder so schön und sehr Blitzlack hoher die Nacken erhalten Yes St so als gemacht es gibt es auch nur in den zum Anschluss ja logisch so da auch sorry dass sie mit einer Runde reinkommen und nicht dass er mich gekündet hat Nein es war von uns Alter gut gemacht wie er ist Neue Missionsbefehle so wird das gemacht hier und in jahren Pläne keine Ahnung Alter kann das Kind richtig ob ich in sich die Pläne habe für die Zukunft keine Ahnung es ist schon mal klar ich bin wieder zurück ich kann wieder auf die mann hätte dass sie da ich feier es auch wieder 16 14 Schrecklich aber egal die nächste Runde sicher besser ich nehme es auch in anderen Spezialisten wahrscheinlich jeden Fall ist ja Weihnachten Weihnachtsspecial es ist ein bisschen blöd gelaufen weil weil ich kenne es hat er dich kann um die Situation und das zusammenzustellen wobei manche Leute sich dann denken in der Zeit ist es du erst recht was machen können ja ich war zu voll es tut einfach leicht ich war einfach viel zu faul eigentlich damit kann es jetzt quickscope ne das braucht man nicht die Kasse rausschmeißen mach hier ne ordentliche Waffe rein Razor Blade so passt doch in der Sekundäre geteckt dann kannst du noch die rein klatschen so und dann schaut man nach statt Wachsamkeit da da perfekt okay passt doch Spezialisten wenn man mir mal kommen weil es Weihnachtet Nimmer für den Typen der Aussie wie dein Weihnachtsmann einfach nur so just for fun so da bin ich jetzt mal gespannt was auf diese Runde wird ich hoffe es gefällt auch jetzt wieder dass jeder aufnehmen kann es sind ja auch schon mehr Abonnenten geworden schon 32 darauf bin ich auch sehr stolz 100 Prozent auf jeden Fall freu ich mich echt das Leute es sei wenn er so richtig gern sicher es war jetzt sicherlich erweißen dass ich auch was drauf haben hat so kommt schon kommt schon kommt schon für meine Abonnenten da kommt schon diese keine Pussis wir sind keine Pussis aus Bäm Au Achtung feindliche Vorräte von oben T T T T T Au voller Seite Edi Reservate gefällt mir eine schöne Waffe Au das war doof feindliches verstärktes Geschütz im Operationsgebiet Achtung feindliche Drohne nähert sich Au shit was war das jetzt Alter Au alter das war 100 Prezi von dem oder wie Achtung Au mann ey die haben mich richtig fertig gemacht Junge die haben mir grad richtig gegeben Junge die haben mir grad richtig gegeben Oh nein das war ein Ripper Feindliche Drohne nähert sich bis aus wie sie wie 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 Dingens die eine mit dem Infrarot sich ja mal er hat alter was sind hier los ein richtig tut du geht die Luzi ab Au Au Cu kommt um Ja man Nein Oh man Oh Na Ah Läuft aber eigentlich fast als gedacht Okay 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 komm 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 und man ich will jetzt jemanden Tomahawk das ist mein Ziel ich bin nämlich sehr gut in Tomahawk Okay ich will nicht wissen was sie jetzt gedacht hat Okay warte Moment mal das sieht aus wie Profit und hat einfach einen Flammenwerfer okay gut Ist heute Gegenteiltag oder wie Wenn ja dann check ich hier gar nichts mehr gerade So ist das nicht gut es sollte eigentlich ganz anders sein Oh Bäm Damn son So wird's gemacht so wird's gemacht Oh Wir haben Prügel eingesteckt aber wir sind noch nicht erledigt na los Oh Warte 8 12 Uhr oder 8 dusch Ich bin Schande Eier ich bin verreichend die Falle in der letzten Killkern ich will die Käthe aber mann Komm Die zeigen wir mal wirklich was ich drauf hab Ähm Nehmt das Ziel ein Okay A gesichert Der Feind hat C Der Feind hat C Au Ey aber komm schon da hättest du nichts machen können Oh boy Okay was war das für Aim Das war Richtig kacke Feindliches verstärktes Geschützgesicht Charlie wird gesichert Oh ja genau Ghost Mehrere feindliche Drohnen gesichert Was soll das Shit Verdammt ey warum warum spawn ich denn auch beim Ghost Wir haben Charlie verloren Der ist da ledig Au mann Au Mann Das geschäft Das geschäft Ausfall Das geschäft Ausfall Au Ey Junge den wir Schuss will ich sehen Oh lol Okay gut 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 Nein bitte nicht 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 bitte nicht bitte nicht okay Bitte nicht auf bitte nicht aufregen 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 Das geschäft Beleicht Sie Da hat der ist auf einmal dieses Sichtpuls Teil Alter, so ein Bullshit Nein, ich sag einfach nichts mehr Alter Jetzt wieder bei Raps Tricks Emelie brab auch mal ich fährst ein Emelie kill du musst es so Emelie sein A das war aber noch gar nichts es geht viel besser die nehmen uns so heftig auseinander leute ich habe was getroffen geil er hat den Kulti war er zu zweit oder was Alfa ja ich würde sagen das war ja wohl die Runde war jetzt nicht so gut wie es oft habe aber ein immerhin dritter Platz nein nein ich will den Shit nicht mehr sehen es hat das ist nicht mehr drin Blackups rückkehrt zur Basis neu gruppieren typisches Weihnachtsfeest naja ich wäre wahrscheinlich darauf ich hoffe ich hätte das Spiel gefallen was sie verschwächt ist nicht so glaube und ja gibt ein Dombok wenn es sich gefallen hat gibt ein Dombok ja guck der Zeit doch Dombok auf jeden Fall wenn solche nicht verkehren Dombok und hat übernommen würde ich mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal euer Krieger